So, nächstes Level? Goldmine. Äh... Ja. Good luck. Klauchen wir nicht. Können ist gefragt. Genau. Ein paar Punkte absahen. Jaja. Aber gleich kommt schon diese... Ja, die Lohren fügen. Dynamit. Ja. Ah, die haben sich mal eben selbst weggesprengt. Wusste ich gar nicht, dass man das jetzt schon abballern kann. Oh, oh, oh! Oh! Da war ich gerade ein wenig überrascht. Und Dynamit. Und, äh... Okay, die sind doch was zu gebrauchen da oben. Scharfschütze. Pass auf, der ist... Hammerman. Und, oh, die Supergun. Puh. Echt gesagt, stehe ich lieber auf der linken Seite. Und da ist einer mit... Oh, was war das? Egal, ich hatte noch, äh, drei Leben. Was hatte ich erwischt? Ja, mich haben so umgebracht. Ich hatte aber drei Leben, hab ich gemerkt. Okay. Aber was hatte ich erwischt? Wenig! Äh, das weiß ich auch nicht. Was ist das denn hier? 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 Nee, nee, der irgendwie kommt dann... Nee, der hat noch eine zweite Form, glaube ich. Und dann müsste... Das ist die Sache gegessen. Nee, so in grün diesmal. In schwarz. Okay, diesmal muss es besser laufen. Ja... Obwohl, so schlecht war mir ja gar nicht. Nö, ohne Bomben und nicht mit vollem Leben sind wir doch... Genau. Ich muss besser auf diese Messersitzen aufpassen. Ja. Ja, das ist kacke. Wenn du ganz am Rand stehst, du siehst die überhaupt nicht, wenn die kommen. Mhm. Dann ist schon vorbei. Und jetzt da oben das Gunship oder was das ist? Jo. Pass auf, die Typen, die schießen auch gleich auf uns. Mhm. Und... Hammermann, ey, das war doch kacke. Ich bin nämlich genau in den Hammermann dann reingesprungen, als es den Schuss ausging. Ja. Äh, von der Seite glaub ich. Oder? Pass auf! Äh, aaah! Wow! Wer hat denn diese geile Waffe? Du, oder? Ja. Hammertyp! Schuss und Dynamit! Man kann die Kugeln auch abschießen, ne? Die schießen. Ja, da muss man aber ganz schön Reflex haben. Jo. Jetzt kommt ja gleich mit dieser einen Attacke, ne? Ja. Jetzt. Jetzt. Aber wir haben's drauf, Mann. Boah, doppelt! Jo, das war... Das war mies, aber ich hab mich nicht erwischt. Komm, Ende hier. Ja, sauber. Alle Bomben noch? Ja. Ich hab zwar ein Leben verloren, aber... ...zwar dringend hinhauen. Hab ich ja gerade auch noch geschafft. Jo. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ein bisschen mehr in der Mitte dann stehen. Und du hast auch gleich ne, äh, Gatling. Jo, stimmt. Was war denn der Lookout? Da, Messer! Ach, ey. Und ich springe dann rein. Nein! Ich glaub, ich benutze meine Bombe. Ist egal. Ja. Ja. So. Oh, oh! Oh, ne! Die Hunde. Boah, ich dachte schon. Ja, die sind ziemlich mies. Was? Pass auf! Jo. Jetzt geht's ab. Der kennt zwar nix, aber... Doch. Kannst die Küken, Alter, aufhalten. Und du hast sie vielleicht noch für nen Boss kurz. Ja. Ja, dann ist der gleich. Ja, sauber. Scheiße. Die zieht wirklich heftig's ab. Ja, die Gatling ist geil. Da ist er, ja. Ah, okay. Fünf Bomben. Das müsste reichen. Okay, jetzt du. Warte, wenn er... Ja. ...verdeckt ist dann. Der hat mich getötet. Du bist alleine. Oh, nö. Da hol dir das. Gut, komm ey, den Rest. Gib ihm den Rest da. Okay. Okay. Ja. Konzentration. Ja, das war nicht klug von mir. Nein. Nein. Blinkt schon gut. Ja, ist gut. Pass auf, wer ballert. Jetzt macht's wieder... Nein, 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 nein! ...Muss den Rest. TöER Oh, sinnvoll der Ereux, ausャ benefitisch! Ne, nein! genug was, ne, nein, nein! Das istirsichi! Ja, jetzt benutzt du's jetzt. das muss ich erst umbringen glaube ich damit ich auch dabei bin ja ich glaub schon wow Amort Train den Minion auch nicht fertig Nee blöde Tuse du hast dich so angestrengt jetzt ach mein Skill ist einfach so schlecht so jetzt schaffen wir das beim ersten Mal was meinst du ich will nicht mein ganzes Geld darauf verwenden so viel verzau das in uns ja die scheiß Typen mit den Raketen ja und die beiden natürlich die den Kack da äh Fustle Brothers richtig Gun da bist du aber leider nicht rum wenn ich nicht muss jo ist das da hinten auch jo kein Problem PASS AUF Boah ey da pass ich nicht auf die Raketen ist das scheiße egal muss klappen muss klappen diese fliegenden Typen sind gar nicht mal so schlimm weil die fliegelassen nur Dynamit ja das jetzt kommt leider der Geschützturm ach ja aber du hast den gute Gang da was war das denn was ist denn jetzt passiert gestorben anscheinend irgendwas hat mich da erwischt ich hab mir jetzt auch nicht genau hingeguckt die Frau da die habe mir auch noch unerklärlich warum die da immer hängt das ist eine Frau sein weiß ich nicht wie ein Schein also ich höre das jetzt als eine Frau ein die hat lange Haare ja gut für den Westen war das nicht normal dass man lange Haare hat ja brauchst du die Indianer brauchst du die Indianer erstmal das scheiß Ding da die sind ja gar nicht so schlimm auch wenn die die Lassens werfen aber ich halt die einfach mal auf und du jetzt ähm genau schon ist doch logisch da sind die auch kein Problem mehr aber sterb mir nicht weg du bist du hast noch drei Bomben ja ja ich wills vermeiden ja ja ja